Das ist eine Vogelscheuche. Was ist eine Vogelscheuche? Weiß ich auch nicht. Vielleicht so eine Art furchtentflößender, blechessender Vogel? Er sieht nicht furchtentflößend aus. Wie ein Vogel sieht er eigentlich auch nicht aus. Hey, Vogelscheuche! Du bist, ähm, eine Vogelscheuche? Aha, Vogelscheuche. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin die. Und ich bin Blechi. Willkommen im Strohland. Das grüne Leuchten. Wir müssen ihm bis zu Frau Smaragd folgen und ihr diesen Schlüssel bringen. Schaffen wir es nicht, verliert Strohland seine Magie. Genauso wie ganz Oz. Oh nein. Frau Smaragd hat gesagt, jemand hier kann uns helfen. Jemand, der etwas anders denkt. Kennst du so jemanden? Ich denke, ich denke. Keine Zeit zum Denken. Das Leuchten bewegt sich. Es fliegt durch das Strohland. Ich kann euch den Weg zeigen. Los, kommt!